Fabian Mehring sitzt bereits seit 2018 für die Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Dort ist er zudem parlamentarischer Geschäftsführer. Schon früh kam der promovierte Politikwissenschaftler in seinem Studium mit der Landespolitik in Kontakt. Neben politischem Schlagabtausch trägt der 34-Jährige auch gerne sportliche Duelle auf dem Tennisplatz aus. Wie wollen Sie das Problem des Landärztemangels angehen? Unser Ziel ist die bestmögliche medizinische Grundversorgung der Menschen, die in unserer Heimat leben. Wir setzen nicht auf Großkliniken in der Metropole, die die Menschen im Land versorgen, sondern wollen die Hausärzte bei den Menschen vor Ort haben. Deshalb haben wir die Landarztprämie eingeführt, um junge Mediziner aufs Land zu locken. Wir kooperieren mit der Universität, um schon in der Ausbildung die Attraktivität des Landarztberufs zu zeigen. Wir brauchen aber schon aus Berlin gute Rahmenbedingungen, Arbeitsbedingungen, Bezahlung und ein besseres System des Managements der Kassensitze. Flächenfraß, Dürre, Umweltauflagen, Tierwohl setzen Landwirte unter Druck. Was muss getan werden? Die familiengeführte Landwirtschaft in Bayern gehört zur DNA unserer Heimat. Deshalb müssen wir Bayerns Bauern vor immer mehr Bürokratismus aus Berlin und aus Brüssel beschützen. Und wir müssen sehr genau hinschauen bei den Auflagen. Denn es macht keinen Sinn, die heimische Landwirtschaft in die Knie zu zwingen, vermeintlich in Diensten des Umwelt- oder Tierschutzes und dann unsere Nahrungsmittel aus Ländern zu importieren, wo all dies keine Rolle spielt. Außerdem sind unsere bayerischen Landwirte Unternehmer. Sie brauchen Planungssicherheit für langfristige Investitionen. Politik aus Brüssel und Berlin darf nicht jedes Jahr die Spielregeln ändern. Die Frage der Flutpolder zum Hochwasserschutz ist nach wie vor ungeklärt. Wie stehen Sie dazu? Angesichts von Klimawandel und immer verheerenderen Starkregenereignissen wird Hochwasserschutz immer wichtiger. Die Erfahrung der letzten Wochen zeigt aber auch, dass die regionalen Starkregenereignisse zu Hochwassern an den Nebenflüssen geführt haben. Da hätten die großen Polder an der Donau beispielsweise wenig gebracht. Deshalb setzen wir auf ein Gesamtkonzept und kleinere regionale Maßnahmen an den Nebenflüssen. Die Polder sind die Ultima Ratio und diese Ultima Ratio muss hier über Bayern verteilt werden. Unsere Region leistet da über den Liedstrom bereits viel und es darf nicht sein, dass unsere Heimat das Hochwasserrückhaltebecken für ganz Bayern wird. Welches Thema würden Sie als erstes im Landtag angehen? Was ist Ihnen am wichtigsten? Wir brauchen beste Bildung für Bayern, denn wie andere Länder auf dem Öl, auf dem Gas sitzen, ist es in Bayern die Bildung, die über die Zukunft unserer Heimat entscheidet. Außerdem müssen wir die Energiewende wuppen, uns endlich unabhängig machen von dreckigem Kohlestrom, von Gas, von zweifelhaften Despoten, von Atommüll. Dafür braucht es Zubau von erneuerbaren Erzeugungsanlagen auf der einen Seite und Speicher auf der anderen Seite. Wir brauchen grundständige Reformen in der Pflege, im medizinischen Sektor und wir müssen die Asylkrise lösen, um nicht weiter Wasser auf die Mühlen der AfD zu kippen. Also es gibt viel zu tun. Politik von unten nach oben. Mit diesem Leitspruch möchte Fabian Mehring seine Arbeit im Landtag fortsetzen. Zum Beispiel